Rausgeschlagen. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Willkommen auf dem Fußball-Olymp. Eine größere Anerkennung in diesem Sport kann man sich nicht verdienen. Sie haben das Ding im Sack. Sie sind heute als Sieger vom Platz gegangen und werden jetzt bei der Siegerehrung zurecht gefeiert. Ein großer Tag für Sie und Ihre Fans. Und ein weiterer wichtiger Tag in der Geschichte dieses stolzen Vereins. Die Stadt zaten so viel ab. Achsehsteigungsuntersyke Sie sind ganz nah. Sie sind ganz nah. Sie sind ganz nah. Drei Säge Drei Säge Untertitelung des ZDF, 2020